Hallo und willkommen bei Willemotion.de. Mein Name ist Kaspar Gebel und ich stelle heute ein Rad vor, das eine Besonnenheit bietet, die man ihm erstmal gar nicht so ansieht, weil man beim Bulls Trail Grinder in erster Linie auf die Federgabel achtet. Hier ist allerdings etwas anderes verbaut, was das Rad interessant macht, nämlich die neue Shimano GRX 1x12. Was kann das Trail Grinder? Der Rahmen wurde vor mehreren Jahren von Bulls ganz neu entwickelt, mit einer ganz neuen Gravel-Geometrie. Das Rad heißt auch deswegen Trail, weil es eine Geometrie ist, die sich stark an Mountainbike-Formen angleicht. Typisch dafür ist ja bekanntlich ein langes Oberrohr kombiniert mit einem kurzen Vorbau und ein relativ flacher Steuerwinkel. Das zusammengenommen führt dazu, dass sich das Rad einerseits sicherer ausfahren lässt, dass es andererseits aber handlich genug ist, wenn auf schwierigen Strecken mal eben wirklich feinfühlig gelenkt werden muss. Die Geometrie führt dazu, dass man relativ aufrecht, kompakt und ziemlich komfortabel sitzt und damit ist das Trail Grinder eigentlich eine total gute Basis, um Gravel-Bikes in unterschiedlichen Ausrichtungen zu produzieren. Auf Basis dieses Rahmens gibt es voll ausgestattete Räder, die also eher in Richtung Randonneur, sprich Reiserennrad gehen. Es gibt sogar Modelle mit Flatbar, also gerade im Lenker statt Rennlenker. Und es gibt eben sportlich orientierte Gravel-Bikes bis hin zu diesem Modell mit einer Suntour Luftfedergabel. Die Gabel ist natürlich ein Highlight am Rad. Der Federweg ist begrenzt, der liegt bei ca. 35 mm. Allerdings kann man auch mit relativ geringem Druck fahren, weil die Gabel nicht durchschlägt. Man kann also den Federweg, auch wenn er kurz ist, voll ausnutzen. Und das ist was, was man auf jeden Fall merkt, also sobald es über starke Wurzeln geht, über kantige Steine auf dem Trail, hat dieses Rad im Vergleich zu einem normalen, ungefederten Gravel-Bike einen klaren Vorteil. Die Gabel kommt natürlich gerade dann zum Tragen, wenn es mit dem Gravel-Bike über verblockte Trails geht, über Wurzeln, über Steine, wo man mit einem normalen Gravel-Bike vorsichtig drum herum zirkeln muss oder sehr aktiv fahren muss, kann man hier einfach drüber rollen, zusammen mit den recht breiten Schwalbereifen. Da hat man also hier eine Menge Komfort- und Stoßdämpfung und natürlich auch viel Traktion für alle, die halt ein bisschen härter ins Gelände wollen. Mit einem Gravel-Bike ist ein Rad dieser Art, also natürlich eine gute Sache. Wie gesagt, ganz neu ist die Shimano GRX 12-fach. Die Gruppe ist vom Schaltverhalten eigentlich sehr nah am Vorgänger. Vorteil ist allerdings, dass jetzt nochmal deutlich größere Kassetten gefahren werden können. Es gibt also eine 10-45er-Variante, die hat, wenn man beispielsweise vorne ein 40er-Kettenblatt hat, einen 1 zu 4 übersetzt, also recht langen Schnellgang, aber auch eine deutliche Untersetzung. Und es gibt dann Grenze wie ca. 10-50, die schon fast in Richtung Mountainbike gehen, die für ein Trailbike natürlich noch besser sind, als der Kranz, der hier verbaut ist. Aber schon in diesem Setup hat man wirklich einen extrem leichten Berggang. Und das passt natürlich auch wieder zur Gabel, wenn es zum Beispiel an schwierigen Steilanstiegen geht, wo man eben mal sagt, ich muss jetzt über irgendwas, was auf dem Trail liegt, rüberfahren und kann nicht drüber rum. Das geht mit dem Rad halt viel, viel besser als mit einem Standard-Brabble-Mike. Das Schaltverhalten der neuen GRX, hier im Übrigen auch in der 800er-Version, unterscheidet sich also fast gar nicht von der 11-fach-Variante. Wenn man mit dem Rad erstmal so fährt, bemerkt man gar nicht, dass man eben hier die neue Version zwischen den Beinen hat. Auf jeden Fall muss man sagen, dass halt trotz der engeren Schaltschritte alles super funktioniert. Mit dem großen Bremsschaltgriff, also hier ist ja der Bremshebel gleichzeitig der Schaltgriff, kann man wirklich sehr kraftsparend auf die leichteren Gänge schalten. Mit der Taste, die hinter dem Griff sitzt, wird dann eben in Richtung schwer geschaltet. Das funktioniert super exakt und präzise und auch ziemlich geschmeidig. Da muss man sagen, hat Shimano den Wettbewerbern immer noch ein bisschen was voraus. Und jetzt mit 12 Gängen ist der Antrieb eben auch wieder auf Augenhöhe mit der Konkurrenz von SRAM und Campagnolo. Der Rahmen des Grinder ist klassisch aus Aluminium gebaut. Es gibt bekanntlich die Machete, also quasi die Carbon-Variante des Rades, die noch ein bisschen leichter und eleganter ist. Die hat dann wiederum auch noch so gewisse Aero-Features, die hier fehlen. Schön ist aber beispielsweise das abgeflachte Oberrohr. Wir haben eine wirklich gelungene Zuginnenverlegung, Bremsleitung und Schaltzug kommen wirklich erst hinten an den Kettenstreben raus. Wir haben zahlreiche Montagemöglichkeiten. Interessant ist, dass Bulls unter dem Oberrohr vier Bohrungen angebracht hat. Da kann man ein Spannband befestigen, um beispielsweise eine Jacke auf oder eben unter dem Oberrohr zu befestigen. Typisch ist auch, dass man auf dem Oberrohr mit den kleinen zwei Bohrungen ein kleines Täschchen befestigen kann. Schutzbrechmontage ist natürlich auch möglich. Bei der Gabel muss man natürlich gucken, ob das harmoniert oder ob man das bei so einem Rad will. Hier ist ein kleiner Fender angebracht, den liefert Suntour mit der Gabel mit. Der ist natürlich jetzt, was den Toureneinsatz angeht, nicht so sinnvoll. Ist natürlich auch eine Sache der Optik. Passend zum Trailcharakter dieses Grinder wird ein 45 mm breiter Reifen geliefert. Das ist der Schwalbe G1 Byte, der vom Profil her eigentlich einer der meiner Meinung nach am besten funktionierenden Gravelreifen ist. Der hat nämlich auf der Lauffläche diese kleinen runden Noppen, die nicht allzu tief sind. Damit rollt er relativ schnell. Der hatte also auch im Velomotion-Labortest sehr gute Noten beim Rollwiederstand. Er hat aber auch relativ griffige Seitenstollen. Das heißt, in Schräglage oder auf rutschigen Böden oder dort, wo sich der Reifen halt ein bisschen eingräbt, hat er wirklich viel Grip und Traktion. Hübsch ist natürlich hier auch die braune Farbe. Das ist wie üblich ein Tubeless-Reifen, der auf diesem Radsatz auch tubeless montiert werden kann. Dann kann man natürlich nochmal mit dem Luftdruck runtergehen und hat eben in Sachen Komfort und Traktion und auch Pannenfestigkeit nochmal leichte Vorteile. Typisch Puls an diesem Rad sind Anbauteile wie der magnetische Flaschenhalter von Fitlock. Auf dem Vorbau-Deckel kann man ein Handy oder ähnliches montieren und hinten an der Sattelklemme ist eine Befestigungsoption vorgesehen für ein Monkey Link Rücklicht. Vorne unterm Vorbau ist ebenfalls Platz, also ein Steckplatz für einen Monkey Link Scheinwerfer. Anders als bei den Bulls E-Bikes muss man hier allerdings zur Monkey Link Variante mit Akku greifen, weil es natürlich keinen zentralen Antriebsakku gibt, der Scheinwerfer und Rücklicht mit Strom versorgen könnte. Der Preis des neuen Trail Grinder steht noch nicht fest. Es ist auch noch nicht ganz klar, wann dieses Rad in den Läden sein wird. Für alle, die eher vom Mountainbike zum Gravelbike kommen, lohnt es sich auf jeden Fall auf den Trail Grinder zu warten. Wie gesagt, sehr angenehme, trailige Rahmengeometrie, Federgabel plus neues 12-fach Getriebe von Shimano. Das sind drei Punkte, die sich hier wirklich zu einem sehr hochwertigen Rad vereinen. So, das war es wieder von meiner Seite. Danke fürs Zuschauen. Anregungen, Kommentare und Kritik sehr gerne unten in die Kommentarspalte reinschreiben. Wir sehen uns wieder, wenn ich hier für VeloMotion.de das nächste Gravelbike vorstelle. Danke und Tschüss! Danke fürs Zuschauen. Tschüss! Danke fürs Zuschauen! будут contenте dabei! SchPerfect- plicity- wagsch-